Ich bin Jan, 30 Jahre alt, Tätowierer seit 8 Jahren in Minden bei Bielefeld, um den Dreh, die Ecke da und ich tätowiere hauptsächlich im Bereich Realistik und Watercolor Tattoos. Ich bin viel auf Conventions unterwegs oder eben viel als Gaststituierer in anderen Studios. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.